Ich bin Gina. Okay, Gina, komm rein. Wo ist Joey? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Das ist ein Joey. Ich würde es gern bei Ihnen lassen. Er hat das alles aufgehoben. Das ist sowas wie sein Notizbuch. Weißt du, wo ich wohne? Er hat mich mal mitgenommen. Er wollte Sie besuchen. Wo war ich? Keine Ahnung. Er hat plötzlich Schiss gekriegt und wollte mich mal mehr klingeln. Schöne, ist eben so. Ich durfte auch nicht klingeln. Wo ist er jetzt? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich das nicht weiß. Warum stellen Sie mir laut irgendwelche Fragen? Was soll das? Du wohnst in Long Beach? Ja. Ich habe das Auto von der Freundin geliebt. Ich muss gleich zurückbringen. Und du bist einen ganzen weiten Weg bis hierher gefahren. Nur um mir das zu geben? Das Zeug war richtig für ihn. Joey ist verschwunden. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst damit machen soll. Seine Mutter kann doch nämlich sein Vater. Was willst du von mir? Vielleicht erinnern Sie sich einfach mal daran, dass Sie sein Vater sind. Ich muss jetzt gehen. Ich werde zum Vorbild schicken. Gina. Bastian. Danke. Danke. Du bist gut geworden. Das kann ich nicht. Aber es ist so schön, wenn wir miteinander schlafen. Ich habe nie behauptet, dass ich dich liebe. Ich habe dich aufgenommen. Ich habe dich getröstet. Ich halte die ganze Bude picobello. Und ich habe dir sogar einen Job besorgt. Hm. Beim Unternehmen irgendwo in Hamburg, dessen Chef ich nie kennengelernt habe. Und der irgendwo in einem Postfach hat. Tolle Art, so sein Geld zu verdienen. Du scheinst ja echt ein mächtiges Problem zu haben. Was hast du eigentlich gestern Abend gemacht? Der Kühlschrank ist leer, der Fisch tot. Was? Wieso? Ich gehe in die Stadt was einkaufen. Willst du auch was? Bösartig ist das. Ich habe hier die Aussage. Ich komme auf. Ich gehe in die Stadt.